Wieder mal ein Wahlkampfauftritt von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet in Grünheide. Das ist in Brandenburg bei Berlin. Da hat er ihn getroffen. Tesla-Chef Elon Musk auf der Tesla-Baustelle. Aber gekommen ist er mit einem Audi. Egal. Dort drängte Laschet auf den Abbau von Genehmigungshürden zum Beispiel. Das ist die Zukunft. Die Zukunft der Energie, der Nachhaltigkeit. Und wir danken Ihnen für das Investment in Deutschland. Danke, es ist eine Freude, hier zu sein. Wir freuen uns schon darauf, die fortschrittlichsten Autos der Welt zu produzieren, wie auch Energiespeicherpacks für den Haus, wie auch Industriegebrauch und ganz allgemein die grüne Revolution zu beschleunigen. Die Fabrik ist derzeit noch im Bau, aber wenn sie fertig ist, wird sie wunderschön sein. Wir machen einen Ort, den ihr anschaut und denkt, wow, dort möchte ich arbeiten. Vielen Dank.